So, hi Leute, ich, äh, ja, ne, äh, let's play hier Team Fortress, 1 gegen 1 gegen unseren Gylkalp hier. Hi. Servus. So, also wir fangen an mit Scout hier, ne, als, als klasse eben. Ja. Die Map kenn ich nicht, wo geht's denn hier raus? Ach hier. Ich such dich grad. Ich seh dich auch. Ich seh dich aber nicht, das ist nicht gut. Hm, ich muss grad mitgehen. Ach, doch, die Map kenn ich, glaub ich, sogar nur ohne die Pyro-Brille da. Hä, wo bist du? Weg. Hm. Lörst du meinen schießen? Ja. Fuck, der hat Fett gesessen. Ah, ich denk fest. So, wo bist du denn jetzt hin? Tja. Oh, gekriegt, alter, gekriegt. Und jetzt? Äh, muss ich mich kurz töten und dann würde ich sagen, nächste Klasse, oder? Ja. Schatt, ich muss irgendwo wieder hochlaufen. Ach, ich spring einfach von der Map. So. Oh, Soulja, alter, da werde ich verlieren, ich bin so schlecht als Soulja. Oh, ich hab so geile Waffen. Ich überhaupt nicht. Der kann vier Raketen gleich hätte schießen. Na, super. So. Das hat mir richtig geile. Du bist sicherlich schon wieder gespawnt, ne? Ja. So, ich jetzt auch. Ich geh hier bei Tap, also. Ja. Au, au. Au, au. Nächste Klasse. Was ist das? Bettlers-Bazooka-Level 72, ernsthaft? Die beste Waffe, die ich überhaupt habe, ist Heilige Magrile mit Stufe 38, äh, 48. Machen wir Pyro, oder? Ja. Ja. Okay, hier, Soulja habe ich ja kläglich versagt. Oh, warte, da muss ich aber kurz ändern, hier. Weg damit. Habe ich die jetzt? Ne, ich muss mich kurz töten, ne? Ja, dann kannst du auch, warum? Weil ich habe eine Waffe dabei, die ich nicht brauche. Ach, wobei, der kann ich auch kurz, ne. Der geht doch einfach in den Spawnpun wieder und macht da was nehmen. Ja, habe ich, stand ich ja, aber dafür muss man sich einmal töten oder ich wechsle mal so, zu Heavy. Ja, jetzt habe ich die, ja, perfekt. Hier, da kam aus. Das war's. Ja, damit hat er nie Back. Da bin ich probiert. So. Hm. Hm. Geh, Sonnheit. Hm, wo bist'n du? Wo bist'n du? und wo bis hin und n in der ein Eier hinter dir wo ist er Nein scheiße mit der rechten Maus hast du kannst könnte ich auch unterschocken ja ich weiß aber dafür war ich zumindest nicht so weit weg also warst du so weit weg dass ich dich hätte runterschocken können so dem Moment das wird ja grandios Demoman da bin ich scheiße Nicht nur du Ich fragte mich grad ob ich das Sturmschild reintun soll anstatt äh Stickys halt er hat nur eine Waffe cool cool so und ja der rechtsschaffende Bison was für was ist das kein langes Aua Aua Ja Ah Hä Der kommt ju von hinten mh, super jetzt, ähm, heavy heavy, ja also, es steht 1 zu 3 für dich definitiv ausgeglichen wie kann das sein, dass sogar ich gegen Gilkalb verliere, alter, das ist ja peinlich denn es gewinnt, aber ich verliere ja, tja oh Gilkalb ja also, ja, dann hat Jossi gerade eben aufgelegt mit dem habe ich davor geskypt wie geht das kacke da oben oh, bessere Waffe du haben ja, du hast eine bessere Waffe keine was ist ich hab noch 100 Leben ja, du hast eine viel bessere Waffe als ich, da hab ich gar keinen Schloss gehabt ich hab die das Messing Monster, okay, das machen wir, äh, heavy ich hab das also, äh, heavy ah, das wird schön dann ist das, hast du auch für den so ein Stück dass du selber mit Sentry anschießen kannst nein ich hab das ich hab den, wie Sentry Werfer drin, der bringt's hier ich hab das ich hab das ich hab den so nicht ich hab das noch zwei Leben ich habe gewonnen 4 2 gut dann das wird geil da bin ich mal gespannt ob ich meine Waffe sich jetzt hier lohnt als Medic weil ich habe hier so ein Punkt 4 4 was 4 4 ja also ich habe 4 Punkte unter 4 achso ja das kann sein aber guck mal ich habe gegen Engineer habe ich gewonnen und Scout habe ich gewonnen Soldier habe ich verloren, Pyro habe ich verloren Domeman habe ich verloren, Heavy habe ich verloren also 4 2 für dich huch ja jetzt ist sie weg ich war noch nicht wieder respawned oh jetzt bin ich mal gespannt ob es diese scheiß Armbrust dir lohnt wahrscheinlich nicht treff ich dich auch? mhm ah ich bin so schlecht Medic jetzt triffst du hör auf mir hinter nein nochmal, das zählt nicht da war die Map nee, jetzt Sniper ach man, da war die Map zu Ende wie scheiße jo ok, also definitiv bringst du dieses Nagel-MG eben 1 gegen 1 mehr als meine komische Armbrust die ich da hatte jetzt machen wir Sniper ich habe das Rasa-Schnäppchen wen hast du? mach ihn ja ja Level 5 also wenn du da verlierst, das ist bitter bei Sniper mach ihn ja Sniper, ey, hab ich gar nicht cool jetzt so eine Level 5er mache, Waffe brauchst du auch nicht auf welchen Channel legst du das hoch, das Video? DRT Extreme Gaming dann wirst du berühmt, Gökalb jo mit der Waffe kann ich halt nichts anderes machen als campen, weil die kann nur im Scope-Modus schießen ah, hab ich halt gesehen mhm, du hast mich gesehen mhm bände schon nach diesen, also nach allen Charakteren dein Video? ja, ich glaub schon machen wir danach also ohne Video weiter? ja, gerne, gerne sag dann also, wenn du nicht mehr aufnimmst ja, halt ja ja wie bist du denn eigentlich? ich steh hier was oh oh, Gökalb ja das war hart das war hart so, dann steht 5-3 für dich oder, warte 1 ne, 1 in dem Moment in dem Moment kam mein Bruder rein und da konnte ich halt nicht reagieren und dann ist es nicht abgeschossen also Gökalb gewonnen hast du schon mal auf jeden Fall machen wir jetzt bei ja jetzt kommst du noch drauf an, ob du 5-4 oder 5-3 gewonnen hast äh, 6-3 oder 5-4 so sieht's aus das ist ja peinlich gegen Gökalb zu verlieren, ey das ist ja grottig warte, da muss ich aber, hab ich warte mal doch hab ich drin das wird lange dauern oh, oh, oh das wird lange dauern, ja aber wir machen jetzt ohne Aufnahme weiter ja, gut, ich würde sagen, ciao Leute das war's für dieses Mal 5-4 verloren gegen Gökalb, 2, das ist ja peinlich wobei er hat einfach mal 70 Spielstunden mehr als ich also, so peinlich ist es gar nicht gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal sag tschüss Gökalb ciao cool cool